Oder legen wir das wirklich hier lang? Muss man Rohre legen dafür? Ja. Ja gut, wäre jetzt nicht so das Problem, wenn wir nicht dann diese Klippe hier hätten, die echt ein bisschen ungünstig an der Stelle gelegen ist. Weil ich muss jetzt gucken, dass ich den da unten irgendwie wieder wegkriege. Den da. Na gut. Da ist mein Freund wieder von eben. Das ist lieber. Äh. Jetzt ein paar Jules. So. Den paar Dodos fetzen. Den habe ich gekriegt. Aber warte mal, wenn ich jetzt, ähm, ähm, ähm. Das ist die 8, oder? Was willst du? Achso, Dodos. Oh, Level up. Äh. Wieso geht denn der jetzt hoch? Der soll runtergehen. Äh. In dem Fall hier. Level 15. Ah, jetzt. Na. Muss mal was trinken, wa? Nein, nach unten. Hui. Ja. So, und dann brauche ich diese hier. Ah, da habe ich noch einen. Machst du dir den Busfahrer? Ja. Ah, verdammt. Dann brauche ich doch einen so. Wieso ist Obstructed? Oh. Ich... Geh mal weg. So. Ich bin sofort wieder da. Was hat er denn jetzt? Och, ne, jetzt hat er Hunger. Kriege ich dann noch einen von hier aus dran? Ne, so einen vielleicht. Oh. Ah. Ähm, ah. Nein, nach unten. Du sollst den hier nach unten bauen. Genau. Ah. Das geht nicht. Okay. Ich brauche dringend was zu essen. Mist. Kein Mac ist in der Nähe. Hallo? Keine Steine mehr. Level ab und brauche was zu essen. Ich sammle uns sogar was zu essen. Bis auf Jagd. Mhm. Die gucke ich auch mal hier um. Ich glaube hier irgendwas ist, was man verspeisen könnte. Da hinten ist ein Triceratops. Ich bin schon an einigen von denen vorbeigelatscht, aber... Okay. Na gut, so einen kleinen kann man zu zweit mit der Steinschleuder irgendwie ganz gut hinkriegen, aber... Wofür hat der denn? Hätte ich das Bein gebrochen, glaube ich. Oh, der hängt fest. Wo bist du denn? Der ist doch super dann, oder? Oh, das tut mir schon leid. Den muss ich nicht. Am kurzen ist das Bein von dem. Tut mir leid, ey. Datsch! In meine Kappes. Batsch ins Auge, Batsch! Echt Hunger. Hä? Der beißt nicht. Wie beißt? Oh, da ist eine Wespe. Die schnapp ich mir. Bei mir? Ne, eine Libelle. Bei mir? Ja. Weil es die nicht die ganze Zeit. Das sehen die nicht. Hab ich's erwischt? Toll, wo hab ich's denn? Dead. Oh, ich hab's erwischt. Oh, super. Ich dachte, da war hier mein Kumpel. Ja, doch, der kann auch gut essen. Der sollte nicht in den Kopf. Toll, hat aber nur Schettin gebracht. Und? Ich muss das essen, sonst sterbe ich gleich. Ja, sammel dir Obst. Öhh... Mhh... 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 Ihh... Ihh, Obst. Der will denn nicht sterben? Oh, ihr kriegt ja noch nicht los. Äh, 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 äh. Ja, da am Roms. Wo bist du? Gott. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Ja, nicht in deiner Nähe anscheinend. Ja, doch, eben habe ich dich hier noch rumschluggelt. Wenn wir das denn sehen. Irgendeine Feuerstelle. Du bist an der Feuerstelle. Ich bin auf dem Stein. Ich sollte erstmal meine Sachen reparieren, ja. Oh. Derbekarte. Du bist auf einem Stein. Bist. Oh, hold. Einfach zu essen. Oh je. Ich sterbe schon. Es piept schon. Bei dir auch? Ähm, nee. Ich hau aber immer zwischendurch ein paar Bären rein. Ja, ich hau mir jetzt so eine Stimberry rein. Ja, die heilen ja auch noch ein bisschen. Ähm. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Ach, das sind Dino-Greises. Kann ich dich jetzt nicht hier sehen? Oh. Ah ja, halt die Klappe. Aha. Ein bisschen anders hinsetzen. Dreh habe ich auch nicht. Ah doch. Hast du denn jetzt Fleisch oder nicht? Nee, weil meine, äh, meine Sperre ist kaputt. Und ich kann den nicht neu machen, weil ich kein Holz habe. Oh. Und das doofe Tier hat meine ganzen... ...deine erstmal... ...aufgebracht und irgendwie geht das nicht kaputt. Hm. Oh. Ich muss mir jetzt erstmal neue Sperre craften. Okay, dann suche ich nochmal nach. Viechern. Ähm, wie sieht es denn aus mit Fischen? Geht das nicht? Muss eh trinken, dann kann ich auch noch kurz sehen. Da, was ist das denn? Ein Trilobite. Hm. Na. Hallo? Ich werde auf jeden Fall sterben, glaube ich. Da draußen tue ich mittlerweile auch schon. Oh, you killed a Trilobite. Ähm, ja, danke schön. Ah. Wo ist er hinten da? Wollen wir mal ins Wasser springen, ja? Perlen, okay. So, getrunken hast du. Wir haben doch... Was ist das? Noch mehr Trilobites, sauber. Was sind Trilobites? Ach, die Viecher. Der dreht sich immer noch nicht rein. Hi, mein Freund. Ich werde dich gleich töten. Dass es wieder besser geht. Die halten aber einiges aus. Jetzt geht es bei mir auch. Gegen dem Panzer. So, ein bisschen Fleisch habe ich. Das können wir uns schon mal reinpfeifen und dann weiter auf Jagd gehen. Hier war doch auch irgendein Feuer hier unten, oder? Ja, hier bei mir. Neben dem Fienerstein. Ich sehe dich. Mach das Feuer an, ich komme mit Fleisch. Ja, ich bin nicht mehr da passiert. Ich habe dich verarscht. Nein, ich weiß nicht, wo es ist. Hier ist es doch. Aber doch, die fände ich davor. Verarscht. Hast du Holz? Hast du Brot? Ja. Pack mal rein. Wie sieht es gesundheitstechnisch bei dir aus? Ja, geht so. Du bist immer nur auf mein Holz aus. Weil ich verrecke gleich. Ja, ess ruhig. Obwohl. Ja, ein Stück wird ja reichen erstmal. Ich habe ja noch so einige Bärchen, die ich gerade an mir reinpfeife. Ich habe keine Messer. Doch, ich habe auch noch ein Pfarr. Also, ich habe immer noch wieder zur Aufgabe gemacht, um das Tier zu bringen. Um es wieder finden zu Hause. Ja. Oh, ich bin so doof. Ich hatte noch zehn Fleisch. Oh. Viel Spaß, oder? Ja, dann kann ich ja jetzt essen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch Fleisch im Inventar habe. Ups. Upsi. Ja, dann hau die rein. Ich jag hier noch ein paar Trillobites, oder sowas. Ja, die sind schon weg. Haben wir gegessen. Was? Hier waren noch welche. Macht das Feuer wieder aus, ne? Ja. So, mein Freund. Wir zwei haben noch ein Grünschl zu rupfen. Ich hoffe, du meinst ein Saurier. Ja. Momentan noch. Oh, deine Reitmusik. Jetzt geht der Sperr kaputt. Ja, es lohnt sich wirklich bei Sperren, mehrere übereinander zu legen. Der Trillobite rutscht hier über den Felsen drüber. Ja, ach. Der sieht ja aus, wie so ein ferngeschautes Auto. Nein, das ist... Nein, wie heißt das, der Staubsauger? Ach, der Rombo. Ja, der hat mir irgendwie nicht vorstellt. Ups. Boah, hält da was aus. Gibt's doch nicht. Der will nicht sterben. Ich glaube, der ist so verpackt, dass der ganze... Geht. Lootet wie verrückt. Aua. Der hat sich irgendwann bei mir... Was? Verkloppt der dich gerade? Ja, weil der ist aus den Steinen raus. Oh, oh, Hilfe. Ah. Das muss man eben... Ach du Scheiße. Der ist krass, aber der wird reiziger. Was ist er? Ach man, hier geht alles kaputt. Ich kann es nicht neu craften. Das ist er hinter mir her. Ach, mir fehlt schon wieder Holz. Ich glaube, der überlebt das. Ich muss hier weg. Was macht der? Der ist jetzt Mate Boosted. Der andere hilft ihm jetzt. Lass das, das bringt nichts. Wieso? Der ist aber narkotisiert. Will. Kappen. Du hast ihn. Und der andere? Der andere liegt gerade drüber. Den anderen habe ich jetzt nicht, aber... Der rennt aber auch hinter dir her, ne? Ja, ich seh's. Das ist Level 16. Ich kann mir aber auch keinen Speer hier craften. Was ist er denn? Der narkotisierte Freund. Sperr, ich brauche Holz und Flint. Habe ich beides nicht hier unten. Okay, der interessiert sich nicht mehr für mich. Oh, gut, dann. Mein Gott, der war aber hart. Hast du Fleisch gekriegt? Ja, ja. Ich muss aber eben mal was zu trinken holen. Oh, ich muss auf jeden Fall essen. Ich seh schon nichts mehr. Und der ist so nebelig. Es ist nebelig, aber du hast auch einen roten Rand. Wo ist denn... Hier liegt ein Rucksack. Wo ist denn das Ding, die Feuerstelle? Ach, die ist... Oh, die war hier. Die ist kaputt gegangen. Ach, shit. Müssen wir eine neue bauen. Ähm... Ich hab nichts zu essen. Nichts. Achso, warte. Ich hab noch einen, ähm... Moment. Warte, warte, warte. Ich mach jetzt ne Feuerstelle. Das klappt. Muss klappen. Warte, mir fehlt Stone. Ja, warte hier. Ich hab ein Fleisch noch. Nimm das erstmal, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Stone fehlt dir? Ja, ich hab noch nicht mehr Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020